Hallo, ich bin Führer Spanner 5. Ich habe gerade ein neuer Downloads in meinem Spiel gesetzt und hier will ich euch das Ganze zeigen. Und wenn ich neu habe, ich spiele es einmal in der Balance und verschiedene Raubkombinationen, Mustern. Dann raus und noch eine Unterwaschung. Hier fläte ich neu. Auch ein bisschen in den Faden. Hier fläte ich neu. 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 Hier fläte ich nur auf. Hier fläte ich nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und das war es auch schon, dass du meinen neuen Dauner zum Spiel und wie gesagt, einige Links in Deiner Beschreibung bekommst. Vielen Dank.